Hier haben wir den ersten Willen, hier im ersten Stock. Ich sitze von der Reba-Touristik, der Außenfinster und stelle seine Ausflüge vor. Gibt es dann einen Willkommendrink. Und dieser junge Mann war sehr unfreundlich zu uns und würde bei ihm keine Ausflug holen. Er hat uns richtig blöd angepumpt. Er hat uns richtig blöd angepumpt.